Pose, Weltbild, alles. Alles muss geschlossen sein. So Weltoffenheit und was Neues von der Welt, das macht der Deutsche überhaupt nicht. Deshalb war das so schön, als der Russe vor der Tür stand, da musste man nicht raus. Alles war geschlossen. Parteien müssen geschlossen agieren, ganz, ganz wichtig. Wenn in einer Parteidiskussion eine Aufgabe, was ist richtig, was ist falsch, dann schreibt die Presse, die Partei ist zerstritten und dann wendet der Wähler sich entsetzt ab. Der Deutsche will nicht mit Einzelheiten behelligt werden, die sollen sich einfach nur einig sein. Worüber ist den Deutschen einig, ziemlich egal. Die Schwarz-Gelber-Bundesregierung wird nicht kritisiert, weil sie schlechte Gesetze gemacht hat, sondern weil sie sich nicht einig sind. Die sollen sich einfach nur einig sein. Das ist das Wichtigste für den Deutschen überhaupt. Einigkeit, das heißt ja Einigkeit und Recht und Freiheit. Nicht Sachverstand und Recht und Freiheit. Einig soll ich nicht sein. Und wenn die dann zu lange diskutiert haben in der Partei, da kommt irgendjemand einer und sagt, und jetzt müssen wir wieder alle an einem Strang ziehen. Genauso der Deutsche, das ist doch mal vernünftig. Ja, Mann, die sollen gefälligst alle an einem Strang ziehen. Der Strang darf dem Deutschen ruhig um den Hals liegen. Hauptsache es, die ziehen da alle gemeinsam dran. Geschlossenheit. Parteitage müssen ein Signal der Geschlossenheit aussenden. Wenn auf einem Parteitag zwei Leute für denselben Job kandidieren, dann schreibt die Presse für eine Kampfkandidatur. Dann sind unsere journalistischen Hirnzwerge endgültig aus dem Häuschen. Eine Kampfkandidatur, eine Kampfkandidatur wird es die Partei zerreißen. Da, 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 da. Wenn nur einer antritt, ist es eine Wahl. Und da kommt eine Schicksalswahl. Alle vier Jahre machen die eine Schicksalswahl. Gut, Sie können sagen, bei dem, was da zur Wahl steht, das ist Schicksal. Aber eine Richtungswahl, entschuldigen Sie bitte mal. Sie können da immer wieder neu mixen. CDU, CSU, FDP, SPD und seit 20 Jahren die Grünen. Was ist denn da eine Richtungswahl? Was hat sich denn groß verändert? Von Schwarz-Gelb zu Rot-Grün über Schwarz-Rot, jetzt wieder Schwarz-Gelb. Wirtschaftspolitisch machen die doch alle dasselbe. Die glauben alle in dieselbe Wirtschaftsform und haben alle immer wieder die gleichen falschen Instrumente für die gleichen Probleme. Da tut es überhaupt nichts. Schicksalswahl ist lächerlich. Es gab Wahlen, wo Emotionen im Spiel waren. Das ist richtig. Stoppt Strauß, da waren wir noch emotional engagiert. Aber plakatieren Sie mal, stoppt Merkel. Dann sagen die Deutschen, wobei? Die will ja nur spielen. Endlosschleife. Und die Rituale sind immer gleich. Man hat uns hier eingelullt, meine Damen und Herren. Jedes Jahr kommen Tarifverhandlungen und jedes Jahr steht in der Zeitung, die Arbeitnehmer müssen sich zurückhalten mit den Lohnforderungen bei der Tarifverhandlung, sonst geht der Aufruf kaputt. Dann halten die Arbeitnehmer sich zurück mit den Lohnforderungen. Die Kaufkraft sinkt, es kommt eine Rezession, das steht nächstes Jahr in der Zeitung. Die Arbeitnehmer müssen sich zurückhalten mit den Lohnforderungen, sonst kommen wir nicht mehr aus der Rezession raus. Seit 20 Jahren gibt es jedes Jahr einen Grund, warum die sich bei den Lohnforderungen zurückhalten sollen. Und sie haben es auch brav getan. Und so haben wir es geschafft, in 20 Jahren vom Land mit den höchsten Löhnen in Europa zum Land mit den niedrigsten Löhnen durchgereicht zu werden. Und darüber beschweren sich jetzt die anderen, weil wir denen die Preise kaputt machen mit unseren Dumpinglöhnen. Rituale, immer und immer wieder, Umweltkatastrophen, immer und immer wieder. Jetzt ist ja ganz schlimm, die Ölpest da, ne? Wenn das Ding jetzt noch ein Tag sprudelt, ist es schon genauso schlimm wie die Exxon Valdez. Und damals stand die Uhr schon auf 5.12 Uhr. Die steht schon so lange auf 5.12 Uhr, da ist eine Uhr derart kaputt, meine Damen und Herren. Und dann, das schönste Phänomen in diesem Land, am Tag vor den Schulferien steigt immer der Benzinpreis. Das ist ein Phänomen, das finde ich einfach großartig. Und es ist immer der Dollar, haben Sie da schon mal drauf geachtet? Da sind die Nachrichten, der Ölpreis ist gestiegen, der Benzinpreis steigt, weil der Dollar, ach der Dollar, sagt der Deutsche, ja der Dollar, da kann man ja nichts machen, ne? Mal ist der Dollar zu hoch, mal ist er zu niedrig, das können Sie dem Analysten auch überhaupt nicht recht machen. Und ich wüsste auch gerne mal, woher der Dollar unsere Ferientermine kennt. Unsere Nachrichtensendungen sind eine komplette Volksverblödung und Verarschungsmaschinerie, meine Damen und Herren. Und die läuft hier im Dauerbetrieb, im permanenten Dauerbetrieb. Und es wiederholt sich alles endlos. Und Sie können das überprüfen, wenn Sie mal nachts, da senden Sie schon mal die Nachrichten vor 25 Jahren. Haben Sie das schon mal gesehen? Beim ersten Mal war ich völlig durcheinander. Da saß ich nachts im Hotel, hab nochmal so durchgesappt und dann, ja, da Nachrichten, bin ich hängen geblieben, ja, Nachrichten muss ich auch am Laufenden bleiben. So, was hier mit Neues? Kenne ich schon, war da letzte Woche, war da gestern. Was hier mit Neues? Erzähl was Neues. Ich hab fünf Minuten gebraucht, bis ich gemerkt hab, der ist doch schon tot. Endlos schlafen. Und es ändert sich nichts, meine Damen und Herren. Wir mixen diese Parteien alle vier Jahre neu in den Koalitionen. Und was verändert sich, meine Damen und Herren, es verändert sich gar nichts. Nennen Sie mir irgendeinen der Bereiche, die ich eben aufgezählt habe, wo irgendwas besser geworden ist in den letzten 40 Jahren. Im Gesundheitswesen ist irgendwas besser geworden durch die ganzen Reformen. Krankenhäuser, Pflegeheime, ist irgendwas besser geworden. Die Rente-Lücke, das ist ein Riesenthema. Weil wir wissen alle, die umlagefinanzierte Rente ist nicht bezahlbar, hat man uns eingeredet. Deshalb haben Sie eine kapitalgedeckte Altersversorge. Dass Sie die komplett verlieren können, das spüren Sie gerade im Augenblick, nicht? Alles, was Sie gespart haben, kann morgen kaputt sein, meine Damen und Herren. Alles kann kaputt gehen. Ihr Haus kann seinen Wert komplett verlieren. Ihr Haus ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen, wenn Sie es verkaufen müssen. Wenn Sie Pech haben, leben Sie an einem Ort, wo es keine Arbeit mehr gibt. Und der will da keiner mehr hin. Und da können Sie Ihr Haus aufessen, sonst nichts mehr. Weil Sie müssen ja flexibel sein und woanders hingehen. Und Ihr Haus können Sie zurücklassen. Da hat es überhaupt nichts mehr wert. Das Einzige, was nicht kaputt gehen kann, ist die umlagefinanzierte Rente, die Sie uns kaputt geredet haben. Die kann nicht kaputt gehen. Die hat alle Krächste des letzten Jahrhunderts überlebt. Man muss diese Rente nur endlich mal verstehen. Umlagefinanziert heißt eben nicht, Sie zahlen 30 Jahre in der Kasse ein und kriegen das dann verzinst wieder. Umlagefinanziert heißt, das, was diese Gesellschaft in diesem Jahr erwirtschaftet, das wird umgelegt. Nicht im Sinne von getötet, sondern im Sinne von verteilt. Wir können immer nur das umlegen, was da ist. Das ist das eigentlich vernünftige Wirtschaften. Das kann mal ein Jahr weniger sein und mal ein Jahr mehr. Aber es kann nie ganz weg sein. Auch nach der nächsten Krise wird noch was erwirtschaften. So, und das verteilen wir auf die, die es erwirtschaften, auf die, die noch zu jung sind, um es zu erwirtschaften und auf die, die schon zu alt sind, um es zu erwirtschaften. Und in dem System, wenn Sie 80 Jahre werden, haben Sie 20 Jahre profitiert, haben Sie 40 Jahre drauf gezahlt, wieder 20 Jahre profitiert. Gerechter geht es gar nicht. Und es würde auch wunderbar funktionieren, wenn sich alle mit allem, was hier erwirtschaftet wird, daran beteiligen. Das System funktioniert nur deshalb nicht, weil in Deutschland haben die Ärzte eine eigene Altersversorgung, die Architekten haben eine eigene Altersversorgung, die Anwälte haben eine eigene Altersversorgung, die Beamten haben gar keine Altersversorgung und die Politiker auch nicht. Alle, die ein bisschen mehr verdienen, haben sich das System schon mal komplett ausgeklickt. Und 27 Prozent der Deutschen zahlen überhaupt noch in diese Systeme ein. Und davon sollen fast 70 Prozent hinterher eine Rente bekommen. Das kann natürlich wirklich nicht funktionieren. Wenn aber das Brutto-Sitierprodukt gestiegen ist und der Anteil der Leute, die für Lohn arbeiten, immer kleiner wird, dann muss man eben alles, was hier erwirtschaftet wird, mit ranziehen. Und das geht auch. Natürlich geht das. Die Schweiz macht das doch auch. Na klar, die Schweiz macht das ja, weil sie nicht rechnen können. Die haben die Umlagefinanzierte Rente, weil die ein bisschen blöd sind. In der Schweiz zahlen sie von allem, was sie verdienen. Von Mieteinnahmen, von Zinsen, von Dividenden, von Spekulationsgewinnen und von Lohn. Von allem, was sie verdienen, zahlen sie in die Rentensysteme ein. Ein kleinerer Prozentsersatz hier, aber eben von allem. Und davon können sie jedem eine Basisrente garantieren, von der man existieren kann. Das ist natürlich in der Schweiz nur möglich, weil die Schweiz ein sozialistischer Musterstaat ist. Sie ahnen das schon. Wenn sie noch nie da waren, müssen sie wissen, die Schweiz ist gesichert mit Selbstschussanlagen. Die Reichen müssen ständig an der Grenze mit dem Lasso eingefangen werden, weil die das Land verlassen wollen. Bei uns wäre das System gar nicht durchführbar, wenn der Westerwelle in dieselben Systeme einzahlen muss, wie seine eigene Putzfrau, da kriegt er so viel Pickel, da finden sie den überhaupt nicht mehr wieder. Noch schöner ist, wenn sie ihnen erzählen, dass die Rente, die wir hier haben, das Rentensystem sozial gerecht ist, weil jeder den selben Prozentsatz bezahlt. Die starken Schultern müssen mehr tragen, sagt die SPD ihnen ja immer. Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Pflegeversicherung machen zusammen 20% vom Bruttolohn aus. Glauben sie für alle? Glauben sie lieber weiter an den Osterhasen. Wenn sie 2000 Euro im Monat verdienen, zahlen sie 20%. 400 Euro Sozialversicherungsabgaben. Wenn sie 4000 Euro verdienen, brutto, zahlen sie auch 20%. 800 Euro Sozialversicherungsabgaben. Wenn sie 8000 Euro im Monat verdienen, was glauben sie, was sie dann zahlen? Auch 20%? Das wären 1600 Euro? Nee, nicht ganz. Sie zahlen 889,93 Euro. Höher steigt das nicht mehr. Das ist doch verblüffend, oder? Was die starken Schultern da alles tragen müssen. Wenn sie 20.000 Euro im Monat verdienen, zahlen sie auch nur 889,93 Euro. Das steigt überhaupt nicht mehr höher. Da können sie verdienen, so viel sie wollen. Das ist die Beitragsverbessungsgrenze. Man kann das auch einen Schutzraum für die Reichen nennen. Über 5500 Euro zahlen sie nicht mehr in die Rente, über 4800 Euro zahlen sie nicht mehr in die Krankenkasse ein. Wer 20.000 verdient, zahlt genauso viel wie jemand, der 5000 verdient, mit absoluten Zahlen. Nur, der mit 5000 zahlt 20% von seinem Lohn, und der mit 20.000 zahlt nur 5% von seinem Lohn. Das ist die Gerechtigkeit unserer Systeme. Die starken Schultern müssen mehr tragen. Ja, Kaviar, eine Tasche nach Hause, ist ja klar. Noch bekloppter ist die ganze Sache bei der Gesundheitsversorgung, meine Damen und Herren. Wenn sie über 5000 Euro im Monat verdienen, dauerhaft, können sie sich privat versichern. Wenn sie belohnt. Sie verdienen 200-300 Euro im Monat mehr als ihr Kumpel und dürfen sich zur Belohnung billiger versichern. Weil sie ja mehr verdienen. Zum Ausgleich haben sie eine bessere Versorgung. Weil sie ja weniger bezahlen. Versuchen Sie mal irgendeinen Menschen, dessen IQ auch nur leicht über seiner Körpertemperatur liegt, zu erklären, was daran sozial gerecht sein soll. Aber sie können in Deutschland das System tausendmal erklären. In Deutschland sagen, das geht ja alles nicht. Die Rentenkasse, die Lücke bei der Rentenversorgung. Und dann hat der Deutsche Angst vor dem Scheitern der Regierung. Dann machen sie das wieder verrückt. Wenn jetzt die Koalitionsverhandlungen sich zu lange hinziehen, dann kommt wieder das Gespenst von Unregierbarkeit und den Weimarer Verhältnissen. Ach, wenn der Deutsche um Himmels will, dann habe ich hinterher gar keine Regierung. Das ist noch schlimmer als eine Scheißregierung. Das will ich nicht. Gar keine Regierung gibt es nicht. Irgendwas geschäftsunfähig führendes bleibt immer im Amt. Fragen Sie die Hessen. Oder fragen Sie mal die Italiener. Die Italiener haben seit 63 Jahren keine Regierung. Die müssen auch jeden Morgen aufstehen und gucken, wie sie irgendwie klarkommen. Und die Italiener, die sind wenigstens nicht so blöd wie wir. Die haben das alles längst so geschaut. Die Italiener sagen schon seit Jahren, die Pampelmusen im Parlament haben sowieso nichts zu sagen. Wie es mir geht, werden die Italiener immer erklären, wir bestimmen die Wirtschaftsbosse und die Mafiabosse in diesem Land. Die bestimmen, wie es mir geht. Und deshalb waren die Italiener jetzt konsequent. Die haben den reichsten Unternehmer des Landes mit den besten Kontakten zur Mafia und zum Ministerpräsidenten gewählt. Nach dem Motto, wenn der uns eh regiert, können wir den auch wählen. Und der Berlusconi kann ja machen, was er will. Der ist ja komplett unumstritten. Versuchen Sie mal die Italiener mit einer Dienstwagenaffäre in Wallung zu bringen. Da können Sie die deutsche Öffentlichkeit drei Wochen lang mit beschäftigen. Da können Sie von Rente und Gesundheitsversorgung komplett ablenken mit der Dienstwagenaffäre. Der Italiener würde sagen, warum hat er nicht noch Paluten reingepackt? War doch Platz genug. Ich finde das sympathisch. Ich mag Italien. Das ist offen. Das ist ehrlich. Da kann man die Mafia auch Mafia nennen. Da muss man nicht verschämt Stromkonzerne sagen. Und dann, dann hat der Deutsche Angst vor dem Aussterben. Wir sterben ja schon wieder aus. Ist Ihnen das eigentlich schon aufgefallen? Seit zehn Monaten sind die Zahlen dramatisch rückläufig. Das große Wiederaufworstungsprogramm von Frau von der Leyen ist gescheitert. Die Akademikerinnen-Wurfprämie ist verauspufft. Wir sterben wieder aus. Jetzt kommen die Artikel alle wieder. Der demografische Faktor. Wie soll es überhaupt weitergehen? Eines Tages sind wir nur noch 40 Millionen Deutsche. Was für eine Horrorvorstellung. Wissen Sie, wie viele Norweger es gibt? Die stehen schon auf der roten Liste. Das sind Diskussionen. Was hat die Zahl der Menschen in einem Land mit der Lebensqualität zu tun? Bitte nicht umgekehrt ein Schuh draus. Die machen immer die Umfrage in Europa. Wo sind die Menschen zufrieden, ausgeglichen, glücklich und fühlen sich ernst genommen und sicher? Es gibt drei Länder, die stehen immer in der Spitze bei diesen Umfragen. Die skandinavischen Länder, ne? Schweden, Dänen, Norweger. Das sind die Länder mit der geringsten Bevölkerungsdichte und dem höchsten Steuersatz. Das, wovor wir am meisten Angst haben, das macht glücklich. Toi, toi, toi. Aber wir haben Angst vor dem Aussterben. Da sagt der Deutsche, ach, wie soll die Welt ohne Deutsche leben? Da hat der Afrikaner schon gesagt. Wenn die Deutschen nicht mehr sind, da wollen wir auch nicht mehr. Und da weiß der Deutsche nicht, wovor er mehr Angst haben soll. Muss er mehr Angst haben vor der Rentenlücke, vor dem Aussterben, vor dem scheitenden Regierung, vor Al-Qaida. Was wäre das Schlimmste, was uns hier passieren kann? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Das Allerschlimmste wäre, wenn wir aussterben und es ist noch Rente über. Bis neulich. Vielen Dank. Vielen Dank.